So Leute, herzlich willkommen zurück. Leider gönnt das Spiel nicht und man kann scheinbar nicht speichern, deswegen müsst ihr jetzt nochmal einen kleinen Teil doppelt sehen. Ist kein Problem, wir haben einfach gedacht, es hat uns so viel Spaß gemacht, wir spielen es nochmal. Ist ja auch nicht verwerflich. Nö, absolut nicht. Ich finde es auch einfach richtig. Wir haben auch noch mega die Orientierung, es war gut, dass wir eine Woche Pause gemacht haben wieder. Ja, und wenn Mapis mich das nächste Mal sieht, dann seht ihr auch, dass ich ein Upgrade gemacht habe in der Zwischenzeit. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin nicht mehr nur der obdachlose Penner, sondern ich bin ein richtiger Geschäftsmann geworden. Ich bin wieder beim Radio-Hazard-Rom. Okay. Du musst erst mal wieder zurechtfinden, ich habe ehrlich gesagt gerade gar keine Ahnung mehr. Ja. Okay, eine Frage. Hattest du den Werkzeug, den Schraubenzieher aus der Box geholt? Ja, den habe ich. Okay. Den hast du schon? Ja. Ja, dann mach dir gespinst du. Hier sind auch keine offenen gerade. Die sind überall offenen. Und wo hast du den hergeholt? Ähm, aus der... ...Ding, wo wir gerade waren. Ich habe auch die VHS-K-Säte. Was können wir mit der nochmal machen? Wenn wir sind ja Affen unterwegs, du hast. Ich habe die WhatsApp glaube ich... Ne. Ah, ich bin bei den Vasen. Okay, dann mach ich jetzt mal die Vasen. Mhm. Machst du gerade in Ruhe, ne? Ich bin gerade im Schrank, weil Baumi bei mir chillt. Okay, ich habe den roten Schlüssel für diese eine Tür. Oh, sehr gut, weil der war ja schon. Das heißt, dann muss ich hier gar nichts mehr weitermachen in dem Drecksraum. Ja, ich glaube der Baumann geht gar nicht mehr weg. Der Oliver Baumann. Der Hundi ist gekommen? Der Hundi ist gekommen? Von in mir... Was? Ah, jetzt höre ich ihn. Jetzt schildert er direkt vor meiner Tür, okay. Mach's einfach mal langsam, junger Mann, ne? Bitte lassen Sie mich hin... Hä, Digga, bei mir ist nur noch rot. Endlich. Ich kann hier wieder raus, glaube ich. So, hier machen wir mal zu. Ich bin in diesem langen Gang. Ja, wir tun einfach so... Das ist der Bionessers Raum, glaube ich. Ja, ja, ja. Ganz... Ah, ich höre dich, ja, ja. Ja, ja, okay. Hier gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Hier ist das Smiley-Ding auf jeden Fall bei mir. Muss man kurz einmal eine Pille nehmen. Smiley! Hi! Okay, jetzt bin ich bei dir. Hi! Hey! Okay, da ist nichts. Wir können hier wieder abfatzen, glaube ich. Hier kommen wir nicht weiter. Das Pferd haben wir gemacht. Wir brauchen die Uhrzeit unbedingt. Wo geht's hier denn? Wo bist du lang? Zurück wieder oder was? Ja, ja. Was war das hier für ein Raum? Ach, hier war nichts. Noch Almond-Walker. Also hier sind überall Spins. Wenn du mal herkommst. Warte kurz, ich höre was. Ja, das ist so... Oh, Smiley ist bei mir. Hä? Man kann gar nicht durch das Durchrennen. Nee, ich wollte auch rückwärts durchgehen oder was? Das ist schon wieder bei mir, Junge. Das höre ich active gerade. Oh, wir brauchen die scheiß Uhrzeit. Du kannst mal den, 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 den Raum suchen. Den VHS-Raum. Ah, DHS, VHS-Raum. Ja, warte ich. Ich komme gerade zurück. Junge, ich renne im Kreis wie so ein Bauer. Okay, ich bin wieder ganz am Anfang. Ach stimmt, ich habe jetzt gar nichts mehr. Ja. Habe ich fertig? Ja. Du musst vielleicht zu meiner Tür kommen. Du musst vor allem mal ausdauerlich aufladen und mir eine Taschenlampe wiederholen. Ach du bist schon wieder am Leben. Ja, ja. Gut, gut, gut. Ah, da bist du. Komm mal her. Krass. Hey. Ja, rechts lang. Wo? Hier? Durch? Rechts. Irgendwie da rechts. Und da irgendwas in die Taschenlampe. Ah ja. Ey, super Koordinator hier. Oh nein, ich habe den Dings ja jetzt nicht mehr. Ich muss zu meiner Leiche, ne? Ey, du spawnst direkt auf dem Koffer. Ja. Ich bin weggelaufen. Nice. Naja, ist ja jetzt nicht so wild. Du hast ja eh nichts zugemacht. Doch, doch. Einen habe ich zugemacht. Da lasse ich mich nicht lumpen, Heimer. Dauer ist 11.05 Uhr. Okay. Junge, ich habe alle möglichen Körperteile schon in meinem Scheiße Mittag. Okay, wo war die Uhrzeit? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wir brauchen das Pferd. Where is the Pferd? Baumi ist bei mir. Ja, Leute, es tut uns das leid, ne? Das ist jetzt ein bisschen Wiederholung. Aber Wiederholung schadet ja nicht, ne? Ja. Es wird auch nicht besser, aber... dann bleibt es im Kopf. Baumi, go away. Der findet mich hier nicht. Bei mir ist auch Baumi. Baumi Signal. Hier geht es nicht mehr. Doch. Nee, hier war nichts. Boah, Junge, ich dachte echt... Ich habe mir die ganze Zeit Videos angeschaut, dass wir so... schnell wie möglich hier sein können. Aber es hat gar nichts gebracht. Ich laufe gerade zum dritten Mal in den gleichen Raum. War ich da jetzt auch gerade, oder? Ja. Merk dir die Uhrzeit. 11.05 Uhr. Bist du noch da, oder? Ja, ja. Bist du hier Solo, oder? Baumi ist ganz nah. Pst, pst, pst. Oh, ich bin beim VHS-Raum. Oh Mann. Baumi ist weg. Baumi ist bei mir. Nicht mehr. Oh doch. Der geil. Ich habe so die Orientierung verloren. Ich bin auf die ganz andere Seite, aber... Ich auch, ja. Auf diesen einen Raum, dann habe ich wieder Orientierung. Ach, ich glaube ich bin richtig. Ja, hier ist auch dein Koffer beim... Nimm mit, nimm mit. Wenn du kannst. Nee. Ich kann nur den Schraubenzieher und das VHS-Tack mitnehmen. Ah, wo bin ich denn nochmal gestorben? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur beim Pferd. Jetzt muss ich selber die Uhr einstellen. Scheiße. Okay, 11.05 Uhr. Ich habe meine Sachen. Wir haben jetzt... Wir haben es jetzt hier... Ah, der Schraubenzieher ist weg. Okay. Ja, den habe ich genommen. Ah, okay. Ich komme zu dir. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Einmal noch drehen. Nee. Hä? Ach so. Ich kann nicht mal die Uhr lesen. Alter, der stöhnt ja immer lauter. Was? Elf? Ja. Elf Uhr. Fast fünf, ne? Äh, ja. Nee, da lang bitte. Elf Uhr. Oh, ich bin beim VHS-Raum. Na, jetzt habe ich es taped dir weggenommen. Dann komm mal zum Pferd, wenn du... Oder komm dahin, wo du gestorben bist. Wenn ich die Orientierung wiedergefunden habe, ja. Junge, jetzt kann ich dieses Scheiß-Ding nicht mehr drehen. Hallo? Ach, es ist schon offen, oder? Hä? Kann doch nicht Elf Uhr fünf. Kann doch mal eingeben hier. Hm. Jetzt kann ich das Ding nicht mehr drehen, Junge. Hä? Willst du mich gerade verarschen? Bin ich jetzt gerade? Ja, warte, ich helfe dich gleich. Ah, jetzt. Ich habe es. Jetzt haben wir Elf Uhr zehn. Jetzt hat er aber glaube ich gelegt gerade. Nein, ich finde die einen Tyn nicht offen. Ja. Okay, ich habe es. Geh jetzt weg von dem Raum, weil... Okay, der Code ist 5055. 5055? Geh jetzt weg von dem Raum, weil die Glocke hat gerade geleistet. 5055. Das ist der Schlössercode. Die, die Kiste. Okay. Hörst du, dass irgendwas siehst? Sollten wir noch das VHS-Zeug machen. Was bedeutet der Nebel eigentlich, dass der Hund kommt, oder nur, dass du besoffen wirst? Ich glaube, Nebel ist einfach nur schlecht. Okay. Der Auer ist 11.5. Äh. Gerne. 5055. Merkt ihr das? Weil ich bin echt hart dement bei sowas. 5055. So, hier ging es wieder raus. Oh, Baumis hier. Hier gehen wieder Sachen kaputt. Okay, ich bin... Ich bin beim nächsten... Ich bin beim 5055. Hallo, du hast den Red Key, richtig? Ja, den habe ich auch. Ähm, ich bin gerade an der roten Tür. Das ist unglücklich. 5055. Da müssen wir noch VHS-Tape machen. Hast du jetzt auch alles? Und den Raum. Ich weiß gar nicht mehr, was war... Was war in dem Raum? In welchem? Oh, du... Der Dock hier. 5055. Hallo. 5055. Oh! Hilfe! Hilfe! Hä? Ich habe eine... Dingszange... Schneidezange gefunden. Was können wir damit aufschneiden? Das ist eine gute Frage. 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 Oh, Junge. Dieses Drecksviech kennt mich. Ich würde halt gerne wissen, wann dieses scheiß Smiley weg ist, aber... Der braucht so 2-3 Minuten... Äh, nicht... Minuten. 2-3 Minuten? 20-30 Sekunden, glaube ich. Die sind jetzt rum. Wenn ich jetzt tot bin, bist du schuld. Ne, er ist weg. Stark, Junge. Guter Call. Einmal mit Profis, wa? Okay, hier geht's weiter. Im Vasenraum war ich. Wo geht's hier lang? Ich bin jetzt am Pferderaum. Da hatten wir alles gemacht, ne? Ja. Ah ne, ich bin nicht im Vasenraum. Hä? Da lang. Da ist Vase. Da ist ein Vasenraum raus. Das war der Raum nach da hinten. Geht's hier nochmal weiter? Da bringt uns nichts. Hm. Ja, ich glaub wir haben dann alles quasi geschafft. Wir müssen jetzt VHS machen. Wir müssen jetzt VHS machen. Und... den Red Key Room. Red Room. Red Room. Ja, die Sache ist nur, wo war das? Den Red Room hast du gesehen. VHS haben wir auch gesehen. VHS finden wir auf jeden Fall. Den Red Room ist so ein bisschen... vielleicht wenn man noch ein bisschen orientieren muss. wo das war. Junge... Könnt ihr mal im Maul halten da draußen? Ja, das ist so. Oh! 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 Doggy! 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 Help me! Help me! Ah! Und noch natürlich den Bilderraum. Den haben wir auch noch nicht. Oder? Hast du den gemacht? Wir haben Probleme. Ui! Ich bin einfach in Doggy reingelaufen. Bleibst du bei mir? Was? Nee, das sind meine eigenen Schritte. Alter, dieser Hund ist so gruselig. Ich habe ihm einfach in die Augen geguckt gerade. Hat er dich umgebracht? Nein. Ich bin schneller. Ich höre dich doch. Ja, keine Ahnung. Dann musst du mir sagen, von wo du mich hörst. Von links? Von hier. Jetzt war es wieder der Hund. Dann brauchen wir nichts mehr. VHS-Raum, VHS-Raum, wo bist du? Ich bin bei den Leichen. Da warst du schon, ne? Ja. Ah, wenn du bei den Leichen bist, hier bin ich. Oh, der Hund! Der hat dich getrappt in der Ecke. Okay, ich habe gerade den Spielstool gemacht, wo er reingekommen ist. Gut, ich bin gut. Der ist so hässlich. Äh, Baumie ist bei mir. Junge, der hat mich gerade so erschreckt. Alter, Bro! Er hat dich einfach getrappt. Ich könnte es rausnehmen. Oh, mein Herz, oder ist das gerade das Game? Junge, red doch mal. Junge, ich versuche die Tür wieder zu finden. Ich krieg das nicht hin. Egal, du hast ja 5 Minuten. Ah ne, ich bin einfach nur, ich bin durch mit der Welt. Ich bin auf Drogen. Hä, ich höre deine Geräusche die ganze Zeit. Ja. Ah, hi. Oh, Baumie ist hier. Aber da war der, da war der Tape Raum, wo der Baumie ist. Boah, ein Hundi ist jetzt auch noch da. Okay, ich bin beim VHS Raum. Ja. Ja, ich bin die Tür wieder nicht. Ich mach jetzt mal das Tape rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht dabei. Okay. Ich guck mir das Video allein an, ne? Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ja. Merk dir, merk dir, wem was fehlt. Hä, Digga, dieser Herzschlag ist einfach überall gleich. Check's nicht, man. Some of the corpses were found in the summertime. Got me. Hä? Digga, das kann doch nicht sein, man. Ich hab kein Bock mehr auf das Spiel. Du musst ja hier um die Ecke sein. Okay. Mit der Herzschlag, schneller oder lauter? Ah, okay, ich hab's verstanden. Ach, da. Okay, ich hab's verstanden. Ich schreib mir das jetzt alles auf, ihr könnt nicht. Leute, ihr könnt's gleich nochmal in Filz mal schauen. Bin ihr da? Ja? Ja, ich bin im Leichenraum gerade. Okay, warte ganz kurz. Also, der Frank, dem Frank, dem fehlt der Arm. Nase. Frank, Nase, ja. Frank, Nase, ja. Frank, Nase. Nathan. Nathan. Nathan fehlt. Nathan fehlt. Rechte Hand. Marco fehlt. Das ist hier weg. Finger. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Ich heil grad. Okay, ich schauke jetzt, dass ich davon alles hab, aber ich glaub, ich hab ziemlich alles. Ich hab echt viel Scheiße gefunden. Nase, Finger. Okay. Nase, Hand. Was war's jetzt? Ich bin so... Nase, Hand, Finger. Nase, Hand. Okay, wir brauchen noch einen Finger. Okay. Ich hab'n Hammer. Der Baumi ist immer noch bei mir, ey. Das ist richtig Active Rad. Nein, ich hab's nicht mehr. Okay, jetzt bauen wir die. Weißt du, können wir uns kurz treffen und... Weißt du, wo die Tür sein könnte? Hast du ne ganz grobe Idee? Ob rechts oder links, oder? Red Door. Ich bin grad am Eingang. Also am Fahrzug. Fahrstuhl. Ähm. Bleib mal da in der Nähe. Bleib mal da in der Nähe. Ich komm da gleich hin, wenn der Baumi hier weg ist. Irgendein Wichser, der geht nicht weg. Jaja. Aber echt keinen Spaß mit denen, ohne Witz. Jetzt ist er weg. Endlich. Okay. Alter Latze. Er ist ja immer noch hier, Junge. Aber bei mir ist auch rot. Ja, bei mir ist nicht mehr rot. Ich bin's gleich am Anfang. Okay, ich bin auch zu. Ah, ich hab' die Tür gefunden. Sorry. Dann geh' ich hier weiter. Ja, warte, dann komm' ich zu dir. Na, wo war das? Ah, genau, die Tür war die Tür zu den Bildern. Ja. Warte. Äh, sag ich mal mit dem Licht flackern? Nee, ist bloß. Oh, ich sterb wieder. Da können wir ausdauern. Hier ist Red Light. Äh, ein O. Oh. 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 Ist auch ein O? Oh. Wer will mir was erzählen? Ich mach' Red Light. Gameplay. Oh. Junge. Ich komm' nicht hier rein. E. 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 A. N? Ja. Okay. Digga, wie lange will der denn hier bleiben? Ach, hier war der Moth-Jelly und so ne Scheiße. Wow, Junge. Oh. Und die Finger hab' ich gefunden. Let's go. So gut wusste ich, wo der Schrank ist. Digga, auf der einen Seite steht dieser Baum, auf der andere ist der hässliche Smiley. Ich bin gleich froh, dass die nicht bei mir sind, die Opfer. Oh, Bombi ist bei mir. Scheiße, Bombi ist bei mir. Oh. 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 Oh, Junge. Puh. Okay, jetzt frag ich mich. Ja, jetzt ist halt die Frage, was noch fehlt. Weil jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. Ja. Wir werden nach einer Folge, nicht nach vier. Jetzt scanne ich mal in den Leichenraum und schau was wir den Fickern an. Alter, ist der grad auf dich gechargt oder auf mich? Der ist bei mir, ja. Ah, dann bist du ganz bei mir in den Leichen. Geh mal in den Schrank. Ich hab' keinen Schrank hier. Oh, Smiley. Ich lauf' direkt in den Smiley rein. Ich bin tot. Nimm der Elben. Du bist tot. Ha? Warte, warte, warte. Oh, ich... Ich glaub' ich bin weggekommen. Aber ich bin übelstrapped hier. Nimm direkt eine Elm and Water. Ich bin überhaupt nicht safe. Geht's zu den Leichen, wenn ich den Raum finde. Oder hier. Scheiße, er ist bei mir, jetzt hat er mich... Wirklich? Alter. Wie hat er mich nicht bekommen? Okay, warte. Du bist ganz bei mir in der Nähe. Er läuft grad hinter mir rum. Ich bin im Leichenraum. Ja. Wo war das nochmal? Hier, ne? Oh, nee. Er ist halt immer noch da. Bei mir ist alles rot. Ich renne nur in dieses Viech rein, Alter. Ich seh' nichts anderes mehr heute. Tut mir leid für das spannende Gameplay, Freunde. Frank, Nathan, Marco. Frank. So, was fehlt dem Frank? Die Nase. Ich leg die jetzt einfach mal da rein. Nase. Dem Marco, für die Finger. Bro, ich hab' keinen Bock mehr. Hilfe! Wollen wir ein anderes Spiel spielen? Jetzt ernsthaft. Ich seh' nur noch rot, nur noch Baum, nur noch Smiley. Ich hab' in der Folge, glaub' ich, nicht eine andere Sache gesehen. Ich hab' nen Schraubenzieher gesammelt. Das war's. Alter, bei mir ist immer noch rot, wenn wie aktiv ist. Der läuft ja vor mir rum. Jetzt ist er endlich weg. Jonathan. Roberto. Nathan. Und der will... seine Hand wieder. Hallo? Ein Mirror ist kaputt gegangen. Ja. Okay. Wo war das? Bei mir hier. Ich hab's gehört. Ach, Bruder. Egal, wo ich hinlaufe. Ich seh' dieses Scheiß-Gesicht, Mann. Ist schon wieder tot. Nein! Aber der sitzt um jede Ecke, wo ich hinlaufe. Der Hund ist bei mir. Der Hund ist bei mir, ja. Der im Schrank. Der ist direkt vor mir. Oder hinter mir. Ey, Mann. Wollen wir Folgenende machen im Schrank? Ja. Weil ich glaub, besser wird's in der Folge nicht mehr, Freunde, bei mir. Ich hab' nen Schraubenzieher gesammelt. Bitte gratuliert mir alle. Ich hab's geschafft. Was hast du schon gemacht so bis jetzt? Ne Tür zu. Und danach wurde ich nur noch gefol- verfolgt. Danke. Danke, Freunde, für den Applaus. Macht's gut und bis der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.